Musik Was macht Helicobacter pylori bei uns im Körper? Nein, er pflegt nicht mit einem Helikopter bei dir im Magen und besiegelt jeden, sondern Helicobacter pylori ist das erste Bakterium, genau genommen Gramm-Negativ-Bakterium, welches Krebs erzeugende Eigenschaften nachgesagt wird. Ja richtig, du hast richtig gehört, ein Bakterium kann so etwas wohl tun. Helicobacter ist kein normales Bakterium, sondern eines, welches im Magen vorkommt und durch seinen Biofilm es geschafft hat, die Magensäure zu umgehen bzw. darin zu existieren. Das Schlimme ist, dass darauf viel zu selten getestet wird, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind. Da Menschen mit ihrem Lebensstil oft Pathogene züchten und es nicht mal wissen. Studien zeigen, dass Krankheiten wie zum Beispiel Blutkrebs, Magenkrebs oder Geschwüre und so weiter ihren Ursprung in diesem Erreger pylori haben könnten. Wie wir aus Studien sehen, ist nicht direkt das Bakterium der Krebs- oder Entzündungsauslöser, sondern das, was er aussendet an uns. Und das ist das IL-8 im Mitten der Abbildung einmal hier. Das ist nicht schwer. Mit etwas Recherche hat man schnell gesehen, dass er dieses aussendet. Und das ist das IL-8, Interleukin-8, welches ein Botenstoff für unseren Körper ist mit fatalen Folgen. Wie wir aus Studien zu sehen, ist es eine Art Wachstumsfaktor für Krebs und Entzündungen. Genau dies deckt sich mit der früheren Aussage, was pylori in Studien überhaupt bei uns anstellt. Und zwar genau das, Entzündungen und Krebs sollte er ja anstellen an Studien. Wir haben gelernt, dass pylori anscheinend durch IL-8, was er aussendet an unserem Körper, das Signal gibt, leichter Krebs und Entzündungen entstehen zu lassen. Doch was kann man jetzt gegen diesen Mistkerl eigentlich tun? Also habe ich mich auf die Suche gemacht und keine Mühen und Zeit gescheut, für euch dies einmal nachzurecherchieren und den Helikobakter unschädlich zu machen für uns. Da bin ich auf einen Stoff gestoßen. Und zwar heißt er Alpha-Liponsäure, was unseren Körper ja auch selbst herstellt. Nur halt eben nicht im Magen, sondern zum Beispiel in der Atmungskette zur Pufferung von Radikalen oder zur Ausleitung von Drametallen. Und was passiert jetzt, wenn wir diesen Stoff einfach mal oral einnehmen würden? In den ersten beiden Graphen von Abbildung A und Abbildung B wurde kein pylori und keine Alpha-Liponsäure eingesetzt. Das heißt IL-8, der Marker für Krebs und Entzündungen. Der Botenstoff ist sehr niedrig. Nun schraubt man aber pylori hinein und man sieht, er steigt massiv an. Viel mehr Risiko für Krebs und für Entzündungen laut Studien. Nun gibt man aber Alpha-Liponsäure hinzu und man sieht, was passiert. Na klar, er fällt wieder deutlich. Und gibt man noch mehr Alpha-Liponsäure zu, fällt er immer und immer weiter. Das heißt auch laut Studien das Risiko für Krebs und Entzündungen. Und das ist auch weiter zu sehen, denn radikale Sauerstoffspezien, ROS, ebenfalls gleiches Spiel. Der pylori lässt unglaublich viele Radikale bei dir entstehen. Wie wir wissen, können Radikale auch die DNA eingreifen. Und wenn die DNA angegriffen wird, dann könnte auch Krebs entstehen, weil sie umkodiert wird. Alpha-Liponsäure verhindert dies genau in dem gleichen Trend wie oben das IL-8. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Mischt man das Ganze noch zusätzlich mit sekundären Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel Trigolinin, welches im Kaffee vorkommt, wird es schlechter. Das heißt, je höher die alleinige Konzentration und unverfälschte Konzentration von Alpha-Liponsäure, desto besser. Mit nichts gepanscht ist es wohl am besten. Das Problem, was ich nicht verstehe, an der Pharma, wie die Studien zeigen, ist die Schwierigkeit an dem Erreger, seine Anpassungsfähigkeit durch seinen Biofilm, der ihn antibiotikaresistent macht. Durch diese können Antibiotika und das Immunsystem hier zu sehen nicht andocken. Das Bakterium, wie schon gesagt, ist antibiotikaresistent, werden dadurch, dass sie einen Biofilm haben. Ich möchte euch das demonstrieren, wie man das umgehen könnte. Und das Stichwort ist Liposomen. Zellwände von Bakterien bestehen ebenfalls aus Fett, sowie Liposomen mit einer Doppellipidschicht und sind damit wunderbare Ziele für Liposomen. Was würde passieren, wenn man ein Antibiotikum liposomal machen würde? Genau das wurde getestet. Das sind Gen-Termizin versus Biofilm und Bakterien. Man sieht hier im Liposomen innen der Wirkstoff, außen die Membran, die mit allem Verschmilzt und den Trägerstoff mit maximaler Bioverfügbarkeit überträgt. Man könnte denken, diese unterscheiden sich jetzt, da das Liposom ja noch drumherum geschnallt ist. Nein, das ist eben kaum so, denn nur 10 Nanometer unterscheiden jene. So klein sind diese Liposomen. Hier sind die Ergebnisse. Ganz voran das Liposomale, dahinter dann das Antibiotikum bei zwei Erregern in Sachen Biofilm und Erregeranzahl. P. Eruginosa. Deutlich weniger Biofilm und deutlich weniger Erregerzahl, wenn es liposomal ist, da es den Biofilm übergehen kann, dank der Liposomen. Das gleiche bei Staphylococcus aureus, einer der schlimmsten Krankheitserreger, der die Menschheit überhaupt so erlebt hat. Vier- bis fünffach bessere Wirkung und Bioverfügbarkeit. Im Biofilm, wie auch in der Erregeranzahl. So, jetzt könnte man sich überlegen, was passiert, wenn man Alpha-Liponsäure einfach mal liposomal macht. Ein Stoff, der in deinem Körper ja selbst vorkommt. Nur dort keiner diese alles zerstörenden Eigenschaften besitzt, wie dieses Breitband-Ampibiotikum tut. Wichtig zu wissen, was man weiter tun kann. Es gibt bestimmte Probiotika. Um hier einen zu nennen, Lactobacillus reuterii und S. Boulardii. Diese zeigten anscheinend in Studien positiven Wirkungen auf den Pylori. Ob Probiotika einen positiven Einfluss haben im Allgemeinen, wurde letztes Jahr ebenfalls zusammengefasst. Auch wenn nicht stark. Aber die Ausrattung des Pyloris korreliert positiv mit der Einnahme von Probiotika, sehen wir hier in den Studien. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich auch sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut. Wir haben ebenfalls liposomale Nahrungsergänzungsmittel und auch die Liponsäure natürlich da. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt und sehr, sehr gerne einen Kommentar schreibt. Ich hoffe, wir sehen uns gleich auf vitasomal.de und bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Wirklich danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.